Die Scheidung von Johnny Depp ist Schnee von gestern. Amber Heard ist frisch verliebt und das zeigt sie auch stolz. Ihr Auserwählter ist der Unternehmer und Milliardär Elon Musk. Auf Instagram postet die schöne 31-Jährige ein Foto mit ihrem Liebsten. Unter ihrem roten Kussmund schreibt sie Cheeky, frech. Das denkt sich wahrscheinlich auch Johnny Depp, der verpflichtet ist, seiner Ex nach wie vor Millionen zu zahlen. Das wird aber bald der Vergangenheit angehören. Denn schon bald sollen bei Heard und Musk die Hochzeitsglocken läuten. Ein paar gute Gründe bringt der 45-jährige Südafrikaner auf alle Fälle in die Ehe mit. Auf seinem Konto tummeln sich nämlich ganze 14 Milliarden Dollar. Obwohl sich die beiden schon seit ein paar Jahren kennen, soll es erst in den vergangenen Monaten gefunkt haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017